Musik Hoch über dem Gardersee im Trentino versteckt sich ein authentisches Jubel mittelalterlicher Architektur, das Dorf Canale di Tenno, welches seine Besucher auf eine magische Reise längst vergangener Tage mitnimmt. In der Adventszeit wirft sich das kleine Dorf in sein Festtagsgewand und verzaubert mit einer weihnachtlichen Atmosphäre, die seinesgleichen sucht. Musik Herzlich Willkommen in Canale di Tenno. Kommen Sie mit auf einen Weihnachtsmarkt in einem der schönsten Dörfer Italiens in Trentino. Musik Canale di Tenno bietet einen ganz besonderen Weihnachtsmarkt, der sich durch die engen Gassen, kleinen Innenhöfe und die Gewölbekeller der alten Steinhäuser schlängelt. Und nicht umsonst gehört Canale di Tenno zu den Borgi Pio Berli d'Italia, also den schönsten Ortschaften Italiens. Ein Besuch in Canale lohnt sich, da es im wahrsten Sinne des Wortes ein Freilichtmuseum ist. Alles ist so geblieben, wie es in der Vergangenheit war. Nichts hat sich verändert und die Zeit ist hier stehen geblieben, dank der Menschen, die hier leben und alles mit Respekt zu erhalten haben. Musik Das in den Nachkriegsjahren verlassene Dorf wurde in den 60er Jahren als Kunst- und Kultur-Hotspot wiederbelebt. Hier befindet sich nämlich die Casa degli Artisti, ein Künstlerhaus, das nach dem Maler Giacomo Vitone benannt wurde und Begegnungsstätte für Künstler aus ganz Europa ist. So sucht man auch beim Weihnachtsmarkt in Canale di Tenno vergeblich nach Massenware. Regionale Produkte und Kunsthandwerk stehen hier im Vordergrund. Musik Kanale di Tenno mit seinen engen Gassen, die alle mit Weihnachtsbäumen und Lichtern geschmückt sind, schafft eine wunderschöne Weihnachtsstimmung. Auf dem Weihnachtsmarkt findet man viele besondere Kunstobjekte und Produkte, die aus Holzstoff oder Wachshand gefertigt sind. Flaniert man durch die Gassen von Canale di Tenno, liegt nicht nur der Duft der Weihnacht in der Luft, sondern auch jener der unverfälschten Aromen Trentiner Spezialitäten, wie etwa dem Carne Salada Ifasoy, ein typisches Gericht aus dem Jahr 1500. Die Carne Salada kann roh oder gekocht gegessen werden. Das rohe Fleisch wird mit lokalem Olivenöl gewürzt, ein sehr gutes Gericht. Weitere typische Köstlichkeiten sind zum Beispiel der Orzotto aller Trentiner oder sogenannte Bro-Busa. Das sind unsere Nudeln mit Bohnen. Natürlich gibt es auch Öl, Wein, Honig und Käse aus unserer Region zu probieren. Wien, Miele, Formaggio, Produkte lokale. Was wäre Weihnachten ohne die Kleinsten unter uns? Ich wünsche mir vom Christkind einen Hund, eine kleine englische Bulldogge. Ich wünsche mir vom Christkind ein Trikot von Cristiano Ronaldo. Mir gefällt an Weihnachten am besten, dass ich mit meiner Familie sein kann. Ich wünsche mir vom Christkind, wenn ich erwachsen bin, ein schönes Leben zu haben. Ich wünsche mir vom Christkind noch einen Hund. In Canale Ditenno scheint es so, als würde die Zeit für einen Moment stillstehen. Und fernab vom vorweihnachtlichen Trubel steigt durch die Besinnlichkeit, die das liebevoll dekorierte Dorf ausstrahlt, ganz sicher die Vorfreude auf Weihnachten. Vielen Dank, dass Sie uns zu unserem besonderen Weihnachtsmarkt begleitet haben. Ich wünsche Ihnen eine schöne und besinnliche Adventszeit. Auf ein Wiedersehen hier bei uns im Canale Ditenno. Auf ein Wiedersehen. Untertitelung. BR 2018